Zero TTE Options, das ist momentan das ganz, ganz heiße Thema. Also Optionen mit nur einem oder noch weniger als einen Tag Restlaufzeit. Und ich sehe hier, dass sich hier etwas ganz, ganz Dramatisches zusammenbraut. Und deswegen, wenn du dich für das Thema Optionshandel interessierst, wenn du selber Zero TTE Options handelst, dann ist das jetzt ein ganz wichtiges Video für dich. Ich muss gleich zu Beginn dieses Videos sagen, ich bin etwas ratlos. Ich bin etwas ratlos, was das Thema Zero TTE Options anbelangt. Und deswegen möchte ich auch, dass ihr dieses Video am Ende kommentiert. Und wenn ihr selbst sogar Zero TTE Options handelt und vielleicht einen YouTube-Kanal habt, ihr dürft gerne auf dieses Video reagieren. Also ich wünsche mir viele Reaktionen auf dieses Video, weil ich heute in diesem Video noch nicht zu einem wirklichen Fazit kommen kann. Ich möchte euch bloß meine Gedanken teilen, was mir auffällt. Ihr wisst, ich bin seit 1996 an der Börse und seit ungefähr 15 Jahren, kann man mittlerweile schon über 20 Jahren, beschäftige ich mich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Optionen. Und ich habe im Thema Optionen wirklich alles gehandelt, was man handeln kann. Also von ganz, ganz langlaufenden Optionen, diesen sogenannten Leaps-Optionen, bis ganz kurzlaufenden Optionen, in the money, out of the money, at the money, alle möglichen Strategien, Volatilitätsstrategien, Earnings-Strategien, Condors, was weiß ich, also Butterflies, alles, was es da so gibt. Und zu vielen Dingen habe ich eine dezidierte Meinung. Zu manchen, manche Sachen finde ich sehr, sehr gut. Manche Sachen finde ich jetzt für den Retail-Anleger eher weniger gut. Und jetzt gibt es seit einigen Jahren ja diese Zero TTE Options. Ganz kurz zur Erklärung, das sind also Optionen, die quasi weniger als einen Tag Restlaufzeit haben. So, und wenn wir jetzt mal überlegen, eine Option, die speist sich ja immer aus mehreren Dingen zusammen. Was fließt da ein? Also Volatilität, Zeitwertverfall und so weiter und so fort. Und bei Zero TTE Options ist das alles ein bisschen weniger. Und als wir letzte Woche, oder vor zwei Wochen, auf den Deutschen Optionstagen waren, habe ich mich mit sehr vielen Teilnehmern unterhalten, sowohl von den Speakern, aber auch von Besuchern, die genau diese Zero TTE Options handeln. YouTube ist voll damit, mit Strategien oder mit Ideen über diese Zero TTE Options. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso mehr wird in mir der Verdacht laut, dass das genau so eine Sache ist, wie ich sie schon einmal erlebt habe, nämlich im Jahr 2018. Und da will ich ganz kurz nochmal mit euch hingehen. Und zwar, wir schauen uns mal hier einen Chart an, und zwar den Chart des VIX. Ihr wisst alle, VIX, das ist der Volatilitätsindex. Und wir gehen mal zurück in das Jahr 2018. Und zwar ganz genau gehen wir da hier in den Februar 2018. Also wir hatten das Jahr 2017. Da war Trump das erste Jahr Präsident. Die Aktien sind super gestiegen und die Volatilität der VIX war sehr, sehr stark gefallen. Und kurz zuvor hatten wir das niedrigste Printing, also den niedrigsten Wert des VIX jemals erlebt. Das war dann hier in diesem Bereich irgendwann 2017. Da war das dann so bei 8,85. Und ich glaube hier, das war der niedrigste Punkt. Das war am 24. November. Da hatten wir den tiefsten Punkt von, ich glaube, 8,5 oder irgendetwas. Also da war es das niedrigste, was jemals der VIX erreicht hat. Und dann ging es los. Und damals kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, was war damals der Zero TTE Trade der damaligen Zeit. Und das war Short Volatilität. Das heißt also, es gab verschiedenste Volatilitätsprodukte, die es teilweise auch heute immer noch gibt. Und damals war YouTube voll mit Short Volat-Strategien. Und der ganz viele Leute haben gesagt, hey, ich mache jetzt Short Volat. Und das Gleiche war, dass man gesagt hat, hey, die Volatilität oder besonders diese Volatilität, die sind eigentlich aufgrund ihrer Konstruktion dazu verdammt, dass sie permanent immer fallen müssen. Das heißt also, du gehst entweder so ein Long Volat-Produkt einfach permanent Short, oder es gab dann sogar welche, die das gespiegelt haben. Also die konntest du einfach kaufen und die haben dann eben immer diese, die haben immer quasi Volatilität verkauft über den Verkauf von Volatilitäts-Futures. So, und du konntest damals, gerade im Jahr 2017, riesige Gewinne damit machen. 30, 40 Prozent. Und das ging schon mehrere Jahre. Und es gab Leute, die haben wirklich unglaublich viel Geld verdient damit, weil sie eben gesagt haben, hey, ich bin einfach Short Volat. Und nachdem das ein bisschen lief, haben sie dann immer größere Positionen gemacht, haben das Ganze dann noch gehebelt. Weil es war ja der No-Brainer-Trade. Du hast einfach unglaublich viel Geld damit verdient. So, und dann kam das Jahr 2018. Und besonders hier dieser Tag war das dann, nämlich das war der Montag, der 5. Februar. Wir hatten im Vorfeld schon einen leichten Anstieg der Volatilität gesehen. Die war damals noch bei 16, also deutlich unterhalb der kritischen Marke von vielleicht 20. Und dann gab es diesen einen Tag, an dem Montag öffnete dann der VIX bei 19. Und im Tageshoch war er bei 38. 19, 38, 100 Prozent. Ein hundertprozentiger Anstieg der impliziten Volatilität des VIX an einem einzigen Tag. So, und das hat dazu geführt, dass es Unmengen, wirklich Unmengen an Short-Vola-Tradern ausradiert hat. Die waren plötzlich weg, weil diese ganzen Produkte, die sie hatten, diese ganzen Short-Vola-Produkte, plötzlich dramatisch an Geld verloren haben. Und ich will euch da mal ein Beispiel zeigen, was es damals gab. Und da gab es zum Beispiel hier einen Produkt, das hieß XIV. Wir haben auch hier mal Videos darüber gemacht. Also wer ein bisschen schaut, werdet ihr das auch noch finden. Und XIV war ein Produkt der Credit Suisse, also der Schweizer Bank Credit Suisse. Das ist ein alter Artikel von damals. Und das Witzige war auf dem Produkt vom XIV, also auf dem Factsheet, was natürlich nie einer gelesen hat, war eine Achterbahn drauf. Also wirklich total verrückt. Und dieser XIV, und ihr seht das hier ein bisschen in dem Chart, der ist damals eingebrochen, und zwar um 95 Prozent an einem einzigen Tag. Das heißt, der ist an einem Tag 95 Prozent eingebrochen, alle die long waren, und das ist nachbörslich passiert. Das ist nicht während des Handels passiert, das ist nachbörslich passiert. Du hattest keine Chance, da rauszugehen. Und das lag einfach daran, weil nachbörslich eben die Wohlerhändler mit den Futures was machen mussten. Es wurden ganz viele Wohler-Futures dann gekauft, und dann ging das nach oben und so weiter. Also jedenfalls beschäftigt euch mal damit. Fakt war, dieser XIV war pleite. Alle, die ihr Geld drin hatten, hatten das Geld nahezu komplett verloren, war nahezu komplett weg. Und extrem viele Leute, die ich auch kannte, haben massiv Geld verloren. Also wir reden hier wirklich von Millionen. Und auch diese Credit Suisse, die hat ein paar hundert Millionen da drin, die mussten das dann ausbuchen, als Verlust verbuchen. Es gab noch andere, SIVXY beispielsweise, die sind dann stark runtergefallen. Also es war dramatisch, und wir können auch mal hergehen, wir können zum Beispiel auch mal ein Produkt anschauen, was es heute noch gibt. Das ist der VXX. Und auch wenn wir da mal hier zu dieser Zeit zurückgehen, dann sehen wir, das ist ja auch ein Produkt, was dann immer geschortet wurde, was wir auch heute noch machen, aber eben immer nur zur richtigen Zeit. Und der ist damals, hat sich auch mehr als verdoppelt, innerhalb von zwei, drei Tagen. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du das Ding schort bist, verdoppelt sich innerhalb von ein, zwei Tagen, dann ist da ein großes Problem drin. So, okay. Das ist damals gewesen. Und jetzt kommen wir zur heutigen Zeit. Und jetzt habe ich mir überlegt, hey, wenn mir so viele Leute, vor allem Retail-Händler erzählen, also Retail heißt Privathändler, okay, hey, Zero TTE Options, mega easy, ich mache da Spreads, da kann überhaupt nichts passieren, und ich mache da 30, 40 Prozent im Jahr, dann leuchtet bei mir hier oben eine ganz, ganz rote Warnlampe. Und auf der anderen Seite kann ich es nicht so richtig greifen. Und da möchte ich jetzt gerne mal eure Ideen dazu haben. Und wie gesagt, auch gerne Reactions auf dieses Video. Meine Überlegung dazu. Was ist das eigentliche Problem bei Zero TTE Options? Normalerweise hast du mit Optionen immer ein Problem in der Volatilität. Also wenn beispielsweise, wer sich mal mit dem Thema Long-Term Capital Management beschäftigt hat, der weiß, dass Long-Term Capital Management hatte Volatilität verkauft, auf lange Laufzeiten, weil sie wussten, okay, die muss ja fallen. Aber zwischendurch, die waren dann zu stark gehebelt, und dann gingen die Volatilität hoch, und dann hat sie quasi über Margin Calls diesen Hedgefonds damals gekillt. Lange her muss man sich auch mal damit beschäftigen. Das Problem haben wir bei Zero TTE Options nicht, weil sie am nächsten Tag vorbei ist, die laufen ja aus. Das einzige Problem, was wir haben, und das ist das Gamma-Risiko. Gamma nimmt zum Ende dramatisch zu, und je kürzer die Restlaufzeit ist, umso höher ist das Gamma-Risiko. Ich sehe aber noch ein ganz anderes Problem, und das will ich euch auch an einem Chart zeigen. Und zwar gehen wir da mal in einen ganz anderen Markt rein. Ich zeige euch eine Aktie, und zwar schauen wir uns mal hier einen längeren Chart an, und zwar ist das Gamestop. Und Gamestop könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, war einer dieser Meme-Aktien, ein wahnsinnig toller Film auch, der momentan in den Kinos gekommen ist, Dump Money unbedingt mal anschauen. Und was war das damalige Problem bei Gamestop? Nicht für die, die long waren, sondern das Problem war, da kommen wir jetzt zu so einer Sache, die mich auch bei den Zero TTE Options so ein bisschen beschäftigt, nämlich, warum ist diese Aktie damals so dramatisch hochgegangen? Die Leute haben damals nicht nur die Aktie gekauft, sondern die Leute haben auch Optionen gekauft. Die haben wenig Geld gehabt, Corona, alle saßen zu Hause, du hattest Robinhood-App, und dann haben die Leute gesagt, hey, ich kaufe Call-Optionen. Dann haben die Leute Call-Optionen gekauft, und wer handelt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wer handelt mit dir diese Call-Optionen? Das war vielleicht ein Hedgefonds, aber das waren hauptsächlich Market-Maker. Das heißt, du sagst, hier, die Aktie kostet irgendwie 3 Dollar, und du sagst, ich kaufe eine 10 Dollar Call-Option. Diese 10 Dollar Call-Option, die gibt dir ja das Recht, die Aktie bei 10 Dollar zu kaufen. Und derjenige, der sie verkauft, der muss bei 10 Dollar liefern. Wenn aber diese Aktie bei 3 Dollar ist, gibt es keinen, der sagt, okay, ich liefere sie, ich liefere 10 Dollar. Das ist viel zu weit weg, also macht man, und das sind auch nur Cent-Beträge, also macht das nur ein Market-Maker, okay? Und dieser Market-Maker verkauft dir quasi diese Option, er ist dann diesen Call short, du bist inlang. Und jetzt ist der Market-Maker aber kein Zocker, sondern er muss sich hedgen. Und wie hat er das gemacht? Er hat das über das sogenannte Delta-Hedging gemacht. Das heißt, das Delta war am Anfang vielleicht ganz gering, du hast irgendwie, keine Ahnung, ein 5er Delta gekauft, also hat er einfach für jeden Call, den er verkauft hat, 5 GameStop-Aktien gekauft, okay? Und als dann das Delta immer höher wurde, weil die Aktien immer weiter gestiegen sind, dann hat er immer mehr Aktien gekauft. Weil er immer mehr Aktien gekauft hat, hat sich das Ganze immer weiter nach oben entwickelt. Und dann ist es immer weiter gegangen und die Market-Maker haben quasi selber diesen Anstieg mitbefeuern müssen. Sie konnten gar nicht anders, weil sie mussten Liquidität stellen, das heißt, sie mussten dir diese oder wem auch immer die Call-Optionen verkaufen. Und zum anderen mussten sie sich hedgen und das haben sie gemacht, indem sie GameStop-Aktien gekauft haben. So, und jetzt kommen wir mal zu Zero-TTE-Options. Wie hedgt sich eigentlich ein Market-Maker bei Zero-TTE-Options? Wie macht er das? Und ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und jeden, den ich frage, der wirklich Ahnung hat von Optionen, sagt mir, ich weiß auch nicht. Ich weiß, die Jungs müssen irgendwie was machen, weil, und da kann ich dir mal eine Grafik zeigen, hier, Zero-TTE-Options sind mittlerweile für 50% des kompletten Optionshandels im S&P 500 verantwortlich. Das heißt also, 50% aller Optionen, die umgehen, im S&P, sind Zero-TTE-Options. Das ist ein riesiger Markt und da sind Market-Maker riesig drin involviert. Sie müssen darin involviert sein oder sie wollen darin involviert sein. Und es gibt viele, wenn man sich Daten anschaut, dann sieht man, es gibt zwei hauptsächliche Gruppen, die in diesen Zero-TTE-Options traden. Das sind einmal High-Frequency-Trader, also automatisierte Trader. Und zum anderen sind es Privathändler. Klassische Hedgefonds und so, eher nicht dabei. High-Frequency-Trader, private Trader. Und jetzt müssen die das Ganze machen. Jetzt müssen die das Ganze nach oben schieben, müssen die sich, die Market-Maker, irgendwie hatchen. Wie machen die das? Wenn du aber einen Market-Maker hast, der nicht gehatcht ist, dann kriegt der irgendwann mal Probleme. Und wenn der irgendwann mal Probleme kriegt, weil irgendwas passiert, wie zum Beispiel damals mit dem VEX, dann kann irgendwas platzen, was heute noch keiner auf dem Schirm hat. Und ich möchte wissen, was platzen kann. Und vielleicht hast du eine Antwort darauf. Das Ding ist, dass ich mittlerweile aus ganz, ganz sicherer Quelle von Brokern weiß, dass es schon einige Kunden dramatisch zerlegt hat. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir uns nicht so richtig erklären können. Selbst der Broker konnte sie sich nicht so richtig erklären, weil du musst dir mal anschauen, wann ist normalerweise der Handel vorbei? 22.15 Uhr. Jetzt gibt es einen nachbörseligen Handel, der geht eigentlich bis 22.30 Uhr. Viele Optionen können aber später noch angefordert werden. Und ich weiß zum Beispiel von einem Fall, da hatte ein privater Kunde, der hatte mehrere tausend Bull-Put-Spreads geschrieben mit Zero-TDI-Options auf dem NASDAQ. Also Bull-Put-Spread, du verkaufst einen Put und damit du kein unbegrenztes Risiko hast, kaufst du einen Put hier unten drunter. Das heißt, dein Risiko ist eigentlich auf diese Spanne begrenzt. Und jetzt ist Folgendes passiert, nämlich, dass derjenige, der den Put gekauft hatte, du bist den Short, der ist den Long, der hat nachbörselig gesagt, weißt du was, ich nehme mein Recht in Anspruch und hat jetzt die Queues, also die Queues, das war auf den QQQ, das ist ein ETF auf dem NASDAQ, der hat die jetzt alle reingegeben in den Markt. Und er hat gesagt, ich nehme mein Recht in Anspruch, ich verkaufe jetzt diese Queues. Und dieser Optionsschreiber, der den Bull-Put-Spread hatte, bei dem war es jetzt so, der hat jetzt also zu dem hier alle seine Queues reingebucht bekommen, tausende und abertausende Stück und wäre ja eigentlich fein raus gewesen, weil er hier die Long-Putze hatte. Aber diese Long-Putze wurden nicht ausgeführt. Warum auch immer. Und plötzlich, der Queue war plötzlich hier unten und so und der Kunde war pleite. Der hat also ein Beispiel, was ich kenne, wo ich auch weiß, dass es 100% stimmt, da hat jemand über Nacht von 300.000 Dollar plus auf 1,4 Millionen Minus gegangen. Im Konto. Und das ist eine dramatische Sache. Ein Einzelfall immer noch. Aber man hört jetzt mal, da ist es passiert, da ist es passiert, da ist es passiert. Aber irgendwann gibt es den Knall. Bin ich 100% überzeugt. Ich weiß bloß noch nicht, wie es diesen Knall gibt. Und wenn jemand sagt, nee, da gibt es keinen Knall, weil es ist ja alles, dann bitte ich dich darum, dass du mir das erklärst, warum es keinen Knall geben kann. Und das ist eine spannende Sache. Das ist eine spannende Sache. Aber eines ist Fakt. Wenn jemand glaubt, da hat der Markt eine Möglichkeit gefunden, wo er jedes Jahr 30, 40, 50% Gewinn machen kann. Ohne Risiko. Das gibt es nicht. There is no free lunch, heißt es immer so schön. Und deswegen, es muss irgendetwas passieren mit diesen Zero-TDE-Options. Und es wird was Großes passieren. Ich weiß bloß noch nicht was. Und deswegen meine Bitte an euch, die ihr da zuschaut. Und ich weiß, es schauen ja auch viele zu, die selber das als Angebot haben. Ihr macht Managed-Accounts damit oder ihr bietet es euren Kunden an oder ihr macht Lehrgänge darüber und so weiter und so fort. Bitte macht eine Reaction auf dieses Video. Bitte erklärt, warum ich vielleicht komplett falsch liege. Also ich will wirklich nicht der Klugscheißer sein, sondern ich will es wirklich verstehen. Ich verstehe es nicht, warum es zusammenbrechen wird. Ich bin bloß felsenfest überzeugt, dass es mal irgendwann groß krachen wird. Und ich hätte gern von dir gewusst, warum. Warum ich falsch liege. Also bitte, es ist nicht die Aufforderung, bestätige mich, sondern bestätige mir bitte, dass ich falsch liege. Und warum das so ist. Und was ich da vielleicht übersehen habe. Vielleicht habe ich irgendwie was, vielleicht checke ich irgendwie was nicht. Und deswegen, spannendes Thema, deswegen werden wir hier Zero-TDI-Options auf diesem Kanal noch ein bisschen weiter ausrollen. Ich recherchiere da wirklich jetzt jeden Tag, gucke mir ganz, ganz viel an und sehe viele positive Sachen, sehe viele negative Sachen und versuche mir da gerade ein eigenes Bild rauszumachen. Weil wenn das nämlich so wäre, dass es irgendwann mal zusammenkrochen wird, dann könnte man das auch nutzen. Aber ich weiß noch nicht wie. So, da sollst du mir helfen. Also, ich bin mega gespannt auf euren Impact, auf eure Kommentare, auf eure Reactions. Alles hier unten in die Kommentare. Macht Reaction-Videos, verlinkt mich dabei. Ihr könnt auch sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, es ist alles fein, es ist alles gut. Es ist bloß mega spannend. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wie soll man es sagen? Stay safe.